Heute ist Weltfrauentag und wir von myProtein möchten das gemeinsam mit euch feiern. Heute soll die Gleichberechtigung im Vordergrund stehen. Wer sagt schon, was eine Männer- oder Frauensache ist? Wir sind heute Gott sei Dank schon einen sehr großen Schritt weiter als noch vor einigen Jahren und obwohl wir schon einen großen Schritt weiter sind, sind wir trotzdem noch nicht da, wo wir sein sollten. Deswegen möchte ich diesen Tag nutzen, um einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass wir Gleichberechtigung brauchen. Frauen müssen einer gewissen Norm entsprechend sich bestimmt benehmen, dass sie als Frau wahrgenommen werden. Frauen müssen sich stylen. Frauen müssen geschminkt sein. Frauen müssen, müssen, müssen. Auch ich habe mich eine Zeit lang unter Druck setzen lassen von diesen Schönheitsidealen und ich weiß, dass es einigen Frauen noch immer so geht. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, ungeschminkt vor der Kamera zu sitzen und ein Video zu drehen. Heute höre ich nicht mehr darauf, was sich jetzt gehört oder was sich nicht gehört. Heute mache ich einfach das, was mich glücklich macht und ich finde, das solltet ihr alle da draußen, egal ob Mann oder Frau, genauso machen. Oft heißt es ja auch, dass Training mit Gewichten Männer Sache ist und dass Frauen, wenn überhaupt, nur ein bisschen Bauch bei der Po machen sollen. Ich bin aber der Meinung, wenn eine Frau Krafttraining machen möchte, dann sollte sie das natürlich dürfen, ohne dass das auch irgendwie nur in Frage gestellt werden könnte. Und jetzt an meine Zuschauerinnen. Mich würde es interessieren, wenn ihr mir unter diesem Video in die Kommentare schreibt, ob es denn Dinge gibt, die ihr euch früher nicht habt vorstellen können, die ihr heute vielleicht bereits macht oder die ihr euch fest vornimmt, dass ihr euch das bald traut. Wie schon am Anfang dieses Videos angekündigt, MyProtein feiert natürlich den International Women's Day und das machen wir mit einem Gewinnspiel für die Frauen. Zu gewinnen gibt diese Box hier mit ganz leckeren Produkten von MyProtein und on top ein Outfit eurer Wahl. Schaut euch mal im Webshop von MyProtein um. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, könnt ihr in der Infobox unter diesem Video lesen. Wenn auch ihr gemeinsam mit mir und mit MyProtein auf den International Women's Day aufmerksam machen möchtet, dann postet doch ein Foto von euch auf Instagram mit dem Hashtag TodayIWill und dem Hashtag MyProtein und setzt euch für die Frauen ein. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel und nochmal alles Gute zum Weltfrauentag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.